So, wir haben jetzt Freitag, den 29. Januar 2021, das hier ist der Alexa in Berlin, Alexanderplatz, da ist auch Mediamarkt drin eigentlich und so, es ist alles leer. McDonalds hat noch offen, im Parkhaus kann man sich angeblich die Sachen von Mediamarkt abholen, ansonsten ist alles verschlossen und fast menschenleer. Vielen Dank.